2. Battle N.A.R. Aber Gegner sind das keiner Dein Rappen tut ihr halt beide nur ekel Erreg'n scheiße man hattet ihr Langeweile Oder warum macht ihr mit? Dann gewinnen werdet ihr mit so ner Scheiße leider nicht Ay yo shit ihr seid Racks so wie Aalmann und Emma Und ihr lutscht öfter mal Schwanz für nen Tenner Ja damn woher ich das weiß frag mal besser nicht Jeder der mich mal erwähnt kriegt ne Flasche ins Gesicht Ja sick ey ich bin glaub ich viel zu dope Und das Dinge zu gewinnen ist für mich doch nur ne Show Ay yo fick mal besser nicht mit deinem Idol Denn ihr habt hier keine Chance brauch mich nicht zu wiederholen Eher für deinen Rap bist du so 14 Jahre zu spät Und dann macht sich auch nicht daub wenn du MC im Namen tickst Lay in Phoenix ich glaub mehr als Asche bist du nicht Zieh im nächsten Video besser mal die Kappe vors Gesicht Zweite Runde und ich frag mich was denn das für zwei Idioten Hat euch Mutti wieder mal das gleiche angezogen Alter ungelogen ihr seid der Knaller so wie Platzpatron Was einer hat verloren hat der andere mehr an Kummer Sowas gebt ihr eurem Hund denn da das Lökste vom Arzt Ey alter krass wir haben 305 Euro am Start Ey alter Hundefutter Hundefutter Kommt dem Hund mal Hundefutter Guckt dem doch mal an Ey der guckt doch schon mal unterzucker Euer letzter Gegner war ein Flipflop Alter kann ich ja kaum glauben ist der Typ ein Flippi-Floppy Seid ihr wohl am Barfußlauf Eure Frauen gezupft in eurem Zimmer riecht's nach Männerpuff Ich habe nicht gewusst dass man für Autotune was können muss Alter keine Kunst aber wie man das bei euch auch immer nennen mag Ihr seid noch schwul und werdet umgebracht wie's weil Julien Lennon war Trimmt euch eure Drecksbärten und glaubt dass ihr es weiter schafft Doch steht ihr in eurem Kinderzimmer vor der Cam wie eingekackt Ja als ob ihr es weiter schafft Als ob ihr es weiter schafft Mann als ob ihr es weiter schafft Mann meine Dreck wie machbar nötig